Ein Hallo und Willkommen zu einem neuen Paar, zu World of Things Generals. Ja, das dürfte jetzt der Dritte sein. Ja, warum kam so lange kein Video? Jedes Mal, wenn ich spielen wollte, habe ich kein Spiel gefunden. Und ich hoffe doch mal, dass das dieses Mal besser wird. Ja, wir suchen dann mal ein Gefecht. Und wir finden gleich auch eins. Oh, wir... Oh, ja, jetzt habe ich mein Spiel kurz neu gestartet. Oder nicht? Deutscher. Okay. Hallo. Bin ich? Nee, er ist... So, dann gucken wir mal, was er macht. Was ist ein Vorhang? Oh, Panzerjäger. Wie bitte. Und dann geht's... Okay. Oh, das ist los. Okay. 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 Yeah, okay. Oh, Hungry. Ich komme aus Deutschland. Good luck. Oh, ich hätte angreifen können. Ich bin dumm. 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 so weiß nicht die deutschen haben zwei Angriffspunkte ich hab noch nicht oh, ok also macht er drei Schaden also macht er drei Schaden er holt mich noch ein das Problem ist mit den drei Schaden das ist meiner Meinung nach so das größte Problem das hat er noch viermal viermal drei sind zwölf hab ich noch drei HP im HQ sag nicht, dass der auch raus ist Schenk so 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 okay so 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 jetzt hab ich ihn zugebaut jetzt kann er attacken genau jetzt setzt er einen seiner Panzer normale Taktik ja ich versteh nicht oh 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 plus drei Angriff also und so 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 So, So. Gleich hab ich ihn. Okay. Läuft bei ihm. So. So. Mal gucken, was er jetzt ist. Ja, es ist schön, dass ich jetzt wieder Spiele finde. Kann ich nämlich auch wieder aufnehmen. Eine Nachricht. Wem denn? Ja. Okay. Oder so. Okay. 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 Ok, dann lokalieren wir. Jetzt gucken wir mal zur Forschung. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal. Ja, wir machen bei den Russen weiter. So. Dann gehen wir zum Bataillon weiter. So. Ähm, bearbeiten. Und der raus. Und der rein. Weicher. Ja, das war's dann auch mit dem Video. Das sind zwar jetzt nur 16 Minuten, aber ich möchte das ja heute auch noch hochladen. Ähm, mal gucken, vielleicht wird nachher noch ein weiteres Video kommen. Da muss ich mal gucken. Vielleicht kommt da noch einmal Black Ops 2 Multiplayer. Ja. Dann bin ich momentan noch am gucken. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Gut, wenn wir, wenn wir jetzt schon sind, dann gucken wir mal in den Shop. Okay, dann gehen wir mal hier raus, dann können wir mal bei den Vorbestellungen gucken. Wow. Gucken wir mal an. Was hier alles gibt. Naja. Mh. 100% Siegesrate. Drei Spiele gespielt. Drei gewonnen. Ja. Ja, aber da habe ich auch schon mal gespielt, aber halt nur ein Bot-Game. Wir gucken halt nochmal. Können wir halt noch einmal ins Forum gucken. Mh. 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 O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O ja müsste man muss man gucken das sind schon wettige smileys mehr um das war es dann auch mit diesem Part und wir sehen uns sind nur wieder bis dahin bevor ich tschüss sagen fehlt natürlich noch favorisieren leiten kommentieren oder lassen es könnt ihr als selber entscheiden und lasst wenn ihr wollt ein Abo da würde mich sehr freuen M.O. ja das so das zeige ich euch jetzt noch ja für den Häuschen TeamSpeak mein Kanal ja vielleicht wie ihr hier oben sehen könnt 43 Abonnenten und 2950 Videoaufrufe und wenn ich die 50 Abonnenten geknackt habe und auch über 3000 Videoaufrufe habe dann wird es auf jeden Fall mal ein kleines Special geben und bis dahin dauert es noch und was es geben wird das werde ich jetzt noch nicht verraten auch also die 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 Vielen Dank.